Hallo alle, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich zeige euch heute, wie man diese Fondant-Drapierungen macht. Auf Englisch heißt das Swag, also das sind Swags. Das Wort kennt ihr wahrscheinlich alle auch aus dem Hipster-Bereich. Ja, ich zeige euch das jetzt an dieser Schautorte. Die Rose und die Blätter sind schon ein bisschen trocken, weil ich das Foto erst ein paar Tage später gemacht habe. Also wundert euch da nicht drum. Okay, fangen wir an. Wir brauchen auch nicht viel dazu. Einfach den Fondant eurer Wahl, also Farbe der Wahl. Ich benutze wie immer Masatecino Tropic. Ich glaube, das ist nichts Neues für euch. Und alles, was ich jetzt mache, ist das relativ dünn ausrollen. Fast sogar noch dünner, als wenn ich den Fondant komplett auf die Torte lege, als wenn ich die Torte einschlage. Ich habe das Gefühl, dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle darüber und das sieht halt einfach viel dezenter aus, als wenn dann so ein wuchtiges Stück Fondant nochmal da oben drauf liegt. Immerhin essen wir ja schon eine Schicht Fondant meistens und dann bin ich halt kein Fan davon, wenn man dann nochmal etwas mehr Fondant isst. Okay. Das heißt, wenn ihr euch das alles schön ausgerollt habt, dann nehmt ihr euch irgendwelche langen Hölzer oder irgendwas langes, schlankes, was ihr unter den Fondant jetzt legen könnt, so wie ich das jetzt mache. Bei mir sind es jetzt halt, wie heißt das, Salatgabel und ein Kochlöffel gewesen. Wenn ihr eventuell ganz lange Strohhalme zum Beispiel würden da super funktionieren, so Sangria-Strohhalme oder wenn ihr so Holzstöckchen oder sowas da habt, dann könntet ihr das zum Beispiel auch super benutzen. Irgendwas, was auf jeden Fall, was ihr unter den Fondant legen könnt, damit ihr diese Falten so ein bisschen nacharbeiten könnt. Und das ist auch schon die halbe Miete. Was ihr dann macht, ist, dass einfach sachte, ganz, ganz vorsichtig auf die Hand nehmen und dann über die Torte legen, über die Torte drapieren und dann habt ihr immer noch ganz, ganz viel Zeit und ganz viele Möglichkeiten, das alles dann so hinzulegen, wie euch das am besten gefällt. Ich nehme jetzt meinen Pizzaschneider und trimme mir das halt unten ein bisschen. Vielleicht zu den Maßen. Ich habe jetzt ausgerollt... Moment. Gucken wir mal. Mein Ausrollstab ist circa 23 cm, glaube ich, lang und ich habe das in der Breite auf circa 15-16 cm gerollt und in der Länge ist es eigentlich egal, wie lange ihr das rollt, weil ihr das halt immer noch unten abschneiden könnt und trimmen könnt. Worauf ihr aber auf jeden Fall achten sollt, ist, dass ihr halt wenigstens saubere Kanten habt. Also nicht, dass euer Fondant so ein bisschen abgefressen oder sowas aussieht, das sieht dann halt nicht mehr schön aus. Aber das ist auch schon eigentlich alles. Das heißt, ihr rollt euren Fondant schön dünn aus auf eine bestimmte Länge und eine bestimmte Breite. Dann legt ihr euch irgendwelche Holzstöckchen oder irgendwelche langen, schmalen Objekte da drunter, fahrt das so ein bisschen nach, dann nehmt ihr die raus, hebt den Fondant vorsichtig an auf die Torte und da könnt ihr dann immer noch drapieren, bis ihr zufrieden damit seid. Ich kneife meinen Fondant meistens in der Mitte einmal und lege dann da. Ich habe meistens dann irgendwas Blumenartiges, was oft draufkommen soll oder wenn ich irgendwas andere, irgendwelche Förmchen oder so modelliert habe, dann könnt ihr das zum Beispiel da drauflegen. Wenn ihr das aber gar nicht als kneifen wollt, dann könnt ihr das auch komplett so sein lassen und das einfach nur so über die Torte drauflegen. Aber ich finde, das gibt halt nochmal so ein bisschen mehr her. Ja, und das war es dann auch. Achso, wie schon eben gesagt, das ist jetzt nur eine Schautorte. Deswegen sieht ihr auch so ein bisschen vermaggelt an den Seiten und oben drauf aus. Also macht euch da keine Sorgen, die ist so bestimmt nicht aus meinem Haus gegangen. Okay, und so sah das Ganze dann aus. Auch bei der drei Etagen, da ist das genau das Gleiche, nur dass ich das von Anfang an ein bisschen kürzer gehalten habe, weil ich das halt nicht über die ganze Torte legen konnte, sondern nur über die Seiten. Und ihr könnt das entweder mit ein bisschen Zuckerkleber zum Beispiel befestigen oder ein bisschen Wasser. Wenn ihr Glück im Unglück habt, dann kann es sein, dass eure Torte eventuell sogar schon so ein bisschen klebt und schwitzt, dann könnte man das da direkt dran haften. Also die Handhabung ist relativ einfach und wenn ihr das zwei, dreimal gemacht habt, dann sieht das auch eigentlich immer direkt super aus. Okay, das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und ihr konntet vielleicht was lernen. Wer andere Videos von mir sehen möchte, der klickt auf das rechte oder das linke. Wer mich noch nicht abonniert hat, der holt das natürlich ganz schnell nach. Und wer irgendwelche Videowünsche hat oder irgendwelche Kommentare mir da lassen möchte, der schreibt mir das natürlich unter das Video. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben! Tschüss! 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 Tschüss!